Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen hier im Planetarium zum zweiten Vortrag, ist ja schon angedeutet worden, der Sternenhimmel von Eros Sitter. Vor drei Wochen hatten wir Herrn Predel hier und ich möchte jetzt hier die Werbetrommel rühren für den Vortrag in der nächsten Woche von der Frau Sasaki. Da geht es über Sternleichen, Sternexplosionen, Neutronen, Sterne, schwarze Löcher und dergleichen. Und dann abschließend wird Herr Reibrich uns nahe bringen, wie Eros Sitter Licht in das dunkle Universum bringen soll. Nun, heute die behandelten Themen. Zum einen, warum betreiben wir Röntgenastronomie? Da möchte ich noch einige Takte dazu sagen. Dann möchte ich Ihnen das Projekt SRG Eros Sitter nochmal detailliert vorstellen. Und dann kommen wir zu den Sternen. Erstmal das Problem, wie finden wir denn dann überhaupt Sterne in den Daten? Und dann werde ich Ihnen einige ausgewählte Ergebnisse vorstellen. Nun, wie fing alles an? Hier ist ein Bild von Röntgen. Und es ist relativ selten, dass man den Beginn eines Arbeitsgebietes zeitlich genau festlegen kann. Aber hier der 8.11.1895 war der Abend, an dem Röntgen die nach ihm später natürlich nach ihm benannten Strahlen entdeckt hat. Wir sagen ja Röntgenstrahlen, das ist aber eigentlich nur im deutschen und russischen Sprachraum der Fall. Röntgen war ein kluger Kopf. Er hat hier Aufnahmen gemacht von Händen. Das ist, glaube ich, die Hand seiner Frau. Und ihm war klar, ein Bild ist mehr wert als tausend Worte. Wenn Sie hier ein solches Bild sehen, ist Ihnen natürlich sofort das Potenzial für Röntgenstrahlen in der Medizin klar. Und heute wäre die moderne Medizin ja wohl kaum ohne Röntgenstrahlen denkbar. Ich vermute mal, alle Anwesenden hier sind schon diverse Male in ihrem Leben geröntgt worden. Nun, woran Röntgen vermutlich nicht gedacht hat, ist Röntgenastronomie. Das war zu dem Zeitpunkt weit weg. Herr Bedell ist ja da schon intensiv darauf eingegangen. Ich kann das sehr kurz machen. Röntgenstrahlen bedürfen zu ihrer Erzeugung irgendwelcher extremen Bedingungen. Also beispielsweise hohe Temperaturen, Teilchenbeschleunigung, hohe Magnetfelder. Also irgendetwas, was hier unüblich ist. Und daher erlauben uns die Röntgenstrahlen einen Blick sozusagen an die wirklich interessanten Orte im Universum, wo Action ist, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Wenn wir hier im Saal ein Röntgenteleskop platzieren würden, wäre das eine relativ langweilige Angelegenheit. Da würden Sie nichts messen, denn die Röntgenstrahlen werden in der Erdatmosphäre absorbiert. Das ist natürlich für die Röntgenastronomie schlecht. Für uns ist es gut, denn wären wir der Röntgenstrahlung aus dem All ausgesetzt, Ich vermute mal, ein Leben, zumindest hier an der Erdoberfläche, würde es nicht geben. Das ist das eine. Und dann brauchen Sie natürlich vernünftige Teleskope. Der Mann, der sich sehr verdient gemacht hat, hier ist abgebildet. Das ist der Herr Riccardo Ciacconi. Der gilt als einer der Väter, wenn nicht der Vater der Röntgenastronomie. Er wurde für diese Errungenschaften mit dem Nobelpreis in Physik bedacht im Jahr 2002. Und seine Leistung bestand in der Einführung von abbildenden Optiken in die Röntgenastronomie. Sie wissen ja, Röntgenstrahlen gehen durch alle möglichen Materialien durch. Wenn Sie jetzt eine Optik bauen wollen, ist es natürlich schlecht, denn eine Optik bedarf ja dann irgendwelcher Wechselwirkungen. Und worauf Ciacconi zurückgegriffen hat, ist eine Arbeit von einem deutschen Physiker, Hans Wolter, der in den 50er Jahren sich mit Röntgenmikroskopie befasst hat. Das Auflösungsvermögen eines Mikroskops hängt ja von der Wellenlänge ab. Je kürzer die Wellenlänge, desto größer die Auflösung. Liegt also nahe, dass man sich überlegt, wie muss ich denn das dann anstellen, dass ich jetzt ein Röntgenmikroskop betreiben kann. Und Wolter hat sich dieses Problems angenommen und hat Optiken beschrieben, mithilfe derer man jetzt Röntgenoptiken, also abbildende Optiken konstruieren kann. Das wurde 1951 vorgestellt und der Witz bei der ganzen Sache ist streifender Einfall. Also die Röntgenstrahlen müssen unter sehr flachem Winkel auf die Optik eintreffen. Das ist hier mal schematisch, vielleicht sollte ich es hier zeigen, es ist ein bisschen schwierig hier, ich sehe das kaum. Also Sie brauchen hier zwei reflektierende Flächen in der Form einer Parabel, in der Form einer Hyperbel, die konfokal montiert sind. Die Einfallende Röntgenstrahlen muss zweimal reflektiert werden und wird dann in einem Brennpunkt gesammelt, wo dann ein Bild nachgewiesen werden kann. Das nennt man dann Wolteranordnung, er hat insgesamt drei davon beschrieben. Wichtig ist, dass die Figur sehr genau ist, die muss ja auf die Genauigkeiten 20 oder der Wellenlänge genau sein. Die Flächen müssen sehr, sehr glatt sein, sonst hat man ja riesige Streuung und diese Reflexion, die bedarf Materialien mit sehr hoher Elektronendichte, deswegen sind die Teleskope typisch mit Gold, Nickel oder Iridium oder solchen Materialien beschichtet. Und so sieht dann das tatsächlich aus, das ist ein Beispiel des Schandwart-Teleskops, das seit 20 Jahren fliegt. In dem Fall hat man vier ineinander geschachtelte Schalen. Das Ganze findet natürlich in drei Dimensionen statt. Die Röntgenstrahlen fallen ein, werden zweimal reflektiert und dann im Fokus nachgewiesen. Nun, mit Erosita haben wir hier nicht nur ein Teleskop, sondern sieben Teleskope, Sie können es hier nachzählen. Und jedes dieser Teleskope enthält nicht vier Schalen, sondern 54 Schalen, sodass wir insgesamt 378 Röntgenspiegel haben. Sie können sich vorstellen, dass die Erstellung eines solchen Geräts eine relativ komplizierte Angelegenheit ist, die man sicherlich nicht mal in einer Woche, wo man sonst nichts anderes zu tun hat, erreichen kann. Also das bedurfte sehr lange Jahre der Entwicklung. Gehen wir ein Stück zurück. Das erste Röntgen-Teleskop, das astronomische Objekte beobachtet hat, wurde Anfang der 70er Jahre betrieben, aus Skylab. Das ist hier die dritte Stufe einer Saturn-5-Rakete, die dann als Weltrabor umfunktioniert wurde. und man hatte hier an Bord Röntgen-Teleskope, kleine Röntgen-Teleskope, die die Sonne beobachtet haben. Wobei die Sonne beobachtet haben, das haben die Astronauten, die haben dann hier fotografiert. Man hat Film verwendet. Der Film wurde dann zum Boden gebracht, entwickelt, dort digitalisiert und dann analysiert. Und die Bilder der Sonne, die Astronauten haben damals 40.000 Bilder oder so geschossen, der Sonne, waren revolutionär zu diesem Zeitpunkt. Das ist hier so eine Serie, Sie sehen es hier aus den 70er Jahren und haben zum ersten Mal diesen ganz inhomogenen Charakter der Röntgen-Corona der Sonne gezeigt. Heute haben wir natürlich sehr viel bessere Teleskope. Das ist ein Beispiel eines der höchst auflösenden Röntgen-Teleskope an Bord des TRACE-Satelliten. Und Sie sehen diese extrem filigrane Struktur, die die Sonnen-Corona aufweist. Und die große Frage, die sich natürlich jetzt stellt, hier haben wir die Sonne, die können wir im Detail hier studieren. Wie sehen denn jetzt Sterne aus, die sehr viel weiter weg sind? Welche Eigenschaften haben die denn im Röntgen-Bereich? Nun, das ist dann eines der Themen, die wir mit Erosita studieren. Hier muss ich jetzt mal ein bisschen beichten. An sich heißt das Projekt SRG. Das ist Spectrum Röntgen Gamma. Und die russischen Kollegen, die mögen das nicht so, wenn wir hier das als Erosita-Mission bezeichnen. Denn Erosita ist genau betrachtet nur ein Experiment eben auf SRG. Aber wir sind da ein bisschen schlampig. Wir haben uns da so über die Jahre angewöhnt. Und Sie werden feststellen, dass ich auch immer wieder da reinfalle. Also zwei Dinge. Ich möchte hier nochmal ein bisschen über die Hartware und den Staat erzählen. Und dann konkret, wie wird denn die Himmelsdurchmusterung dann im Detail durchgeführt. Nun, ein solches Projekt wie Erosita ist Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Organisationen. Und hier, das sind die alle beteiligten Organisationen. Und hier sind wir, die Universität Hamburg. Und wir sind da natürlich sehr stolz drauf, dass wir an einer solchen Mission sozusagen an vorderster Front mitarbeiten können. Nun, hier ist eine Übersicht, ein Bild von SRG jetzt, als es auf die Rakete montiert wurde. Hier ist das eigentliche Spacecraft, also die Navigator-Plattform nennen die russischen Kollegen das. Das ist, ja, wenn Sie wollen, so eine Art LKW, nicht wahr, mit der Sie dann Lasten im Weltraum transportieren können. Also diese Plattform ist für die ganze Lagerregelung, Ausrichtung und so weiter verantwortlich. Hier sind die Sonnensegel, die dann ausgeklappt werden. Und auf dieser Plattform hier befinden sich dann zwei Experimente. Das eine ist eben unser Erosita-Instrument. Hier ist der Teleskop-Deckel, der wird natürlich aufgemacht, wenn man im Weltraum ist. Und das ist dann ein russisches Experiment, das hier parallel zu Erosita guckt. Und das ist hier dann die oberste Stufe des Boosters, nicht wahr, der dann Erosita ins All gebracht hat. Nun, das habe ich Ihnen schon gezeigt. Es sind insgesamt sieben Röntgenteleskope. Das hat sich jetzt in der Praxis als außerordentlich nützlich erwiesen. Man hat hier offensichtlich ein System mit einer sehr hohen Redundanz. Wenn dann einmal ein Teleskop nicht funktioniert, ist zwar schlecht, aber man hat ja dann immer noch sechs andere, die messen. Ganz wichtig hier, das Teleskop selber nützt ja nichts, wenn wir nicht Nachweisgeräte haben. Und Film verwenden wir natürlich nicht mehr. Also Sie verwenden ja vermutlich auch für Ihre private Fotografie keinen Film mehr. Und jetzt für die Wissenschaft wäre das natürlich absolut desaströs, mit Film arbeiten zu müssen. Also man hat hier CCD-Kameras. Hinter jedem dieser sieben Teleskope ist eine Kamera, das sind hier sieben Stück, angeordnet. Wenn Sie hier genau gucken, die sind leicht verkippt. Das werden wir dann später noch sehen. Und diese Kameras sind natürlich das Herzstück der ganzen Anlage, denn die produzieren dann die Daten, mit denen wir arbeiten. Nun, Erosita wurde dann da drauf montiert, dann hat man die Fairing drauf gemacht, dann wurde die Rakete hier rausgefahren. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in Baikonur in Kasachstan war. Wenn Sie also eine Landschaft mal suchen, wo Sie im Wesentlichen nichts sehen, dann ist das ein relativ guter Ort. Also es ist kasachische Steppe, für einen Raketenstart natürlich gut geeignet. Dann wird die Rakete hochgerichtet und steht dann hier frei da. Das ist etwa 50 Meter hoch. Sie können ja hier die Größenverhältnisse sehen. Und wir waren dann im Rahmen einer Launchparty dort. Das sieht man nicht so gut, aber Mitarbeiter von mir und ich, wir posieren da vor der Rakete. Da waren wir natürlich noch wohl gemut. Wir dachten, am nächsten Tag geht es los. Der Herr Bredel hat Ihnen ja geschildert, dass dann nochmal eine Verzögerung kam. Aber dann am 13. Juli 2019, also vor zwei Jahren, war es dann soweit. Hier die Protonrakete, also Gewicht etwa 750 Tonnen, ist schon ein Ding, nicht wahr, sehr, sehr schwer. Und hier auf der Startrampe, die heißen Gase werden dann nach links und rechts abgeleitet. Die Rakete schießt dann förmlich empor und dann wird mächtig Staub aufgewirbelt und damit entschwand dann SRG und Eros Sitter von unseren Blicken und wird nach Lage der Dinge nicht mehr zur Erde zurückkehren. Gut, das war dann unser Starterlebnis. Wie wird jetzt die Himmelsdichmusterung durchgeführt? Gut, das muss man zwei Dinge wissen. Herr Bredel hat es ja auch schon kurz angesprochen. Eros Sitter umkreist nicht die Erde, sondern befindet sich im sogenannten Lagrange Punkt 2. Es gibt insgesamt fünf Lagrange Punkte. Die wurden von einem französischen Mathematiker und Astronomen, ich glaube im 19. Jahrhundert, beschrieben. Und das ist ein Gleichgewichtspunkt. Wenn Sie hier zur Erde hingehen, überwiegt die Anziehungskraft der Erde. Wenn Sie weiter weggehen, überwiegt die Anziehungskraft der Sonne. Und die Entfernung dieses Punktes von der Erde ist circa 150 Millionen Kilometer. Sie dürfen sich das jetzt allerdings nicht so vorstellen, dass dann der Satellit hier genau in diesem Punkt sitzt. Das wäre absolut desaströs, denn das würde ja bedeuten, dass Sonne, Erde und Satellit in einer Linie liegen. Wenn Sie jetzt hier mit dem Satellit über Radiowellen Kontakt aufnehmen wollen, würden Sie immer die Sonne im Hintergrund haben. Und das wäre absolut stören und würde überhaupt nicht funktionieren. Was also passiert ist, dass der Satellit diesen Lagrange Punkt umkreist. Hier ist das mal genau dargestellt. Also das wäre der formale Lagrange Punkt. Das wäre die Erde. Das ist jetzt skalmäßig richtig. Das ist die Mondbahn. Das ist die Transferbahn. Ich komme da gleich drauf. Und hier, das ist dann die aktuelle Bahn von Erosita, die dann auch noch verkippt ist in der Ebene. Das ist hier nicht dargestellt. Und die Dimensionen hier, das sind 800.000 Kilometer. Also insgesamt 1,6 Millionen Kilometer. Und es dauert ein halbes Jahr, bis eine solche Umkreisung erfolgt. Also so muss man sich das vorstellen. Wenn die Mission vorbei ist, wird man, also ich habe vergessen zu sagen, dieser Lagrange Punkt ist instabil. Man muss also laufend nachjustieren. Also immer wieder kleine Orbit-Korrektur-Manöver fahren. Das erfordert aber sehr wenig Treibstoff. Wir hatten vor zwei Tagen beispielsweise wieder ein solches Orbit-Korrektur-Manöver. Wenn die Mission vorbei ist, wird der Satellit dann rausgepusht, dass er nicht auf die Erde zurückfällt. Und naja, wir wollen also nicht solche Schlagzeilen haben, wie wir sie mit Rosat hatten im Januar 2012. Hier hat er es in die Bild-Zeitung gemacht, der deutsche Satellit Rosat fast auf Peking gekracht. Naja, das stimmt. Also wenn der Rosat 20 Minuten länger geflogen wäre, wäre er in der Tat in der Nähe von Peking runtergekommen. Allerdings müssen wir auch dazu sagen, wir wissen gar nicht, was da jetzt wirklich runtergekommen ist. Nicht mal ob der Satellit nicht vollständig verglüht ist, das wissen wir einfach nicht. Heute geht das nicht mehr, heute dürfte man sowas nicht mehr starten. Es müssen also alle Satelliten gezielt dann aus dem Orbit erfind werden können oder dann eben in Bereiche gebracht werden, wo sie nicht auf die Erde stürzen können. Nun, wenn nun Eros Sitter hier diesen Lagrange-Punkt umkreist oder während er denn umkreist, wird er dann in Rotation versetzt und dergestalt, dass diese Solarzellen zur Sonne hin zeigen und man dann mehr oder weniger senkrecht zur Sonnenrichtung beobachtet. Also die Umlaufperiode ist vier Stunden. Also in einem Tag umkreist hier Eros Sitter den ganzen Himmel einmal und scannt ihn ab. Und da die Erde die Sonne umkreist, ändert sich jetzt das Gesichtsfeld, das hier von Eros Sitter betrachtet wird langsam und nach einem halben Jahr hat man auf diese Art und Weise den ganzen Himmel abgedeckt. Das ist also die grundlegende Idee. Es ist nicht so, dass man hier jetzt hier bewegt, Aufnahme macht, bewegt, Aufnahme macht, sondern das System bewegt sich die ganze Zeit. Also das ist sehr wichtig, dass man das hier im Auge behält. Nun, wie funktionieren jetzt diese Nachweisgeräte? Das sind hier im Wesentlichen Geräte ähnlich, wie sie in ihren Digitalkameras sich befinden, allerdings für den Röntgenbereich optimiert. Und nachdem es das letzte Mal dann ein paar Fragen waren, habe ich jetzt mal das ein bisschen im Detail behandelt. Also das ist eine dieser CCD-Kameras. Die lichtempfindliche Fläche ist hier angezeigt. Das sind also etwa 3 cm, 28,8 mm. Und diese Teile sind dann lichtempfindlich oder röntgenstrahlempfindlich. Die Belichtungszeit ist fest auf 50 Millisekunden eingestellt und nach 50 Millisekunden wird dann das ganze Bild, das sich hier in dieser Image-Area, in diesem Bildbereich akkumuliert hat, in diese Frame-Store-Area, so nennt man das Speicher-Gegend, hier rüber geschifftet. Das geht sehr schnell. Das ist eine Sache von 100 Mikrosekunden oder so. Und dann kann man dann dieses Bild auslesen und analysieren. Und in der Image-Area, also im Bildbereich, wird dann weiter belichtet. Nun, ich habe schon gesagt, die Belichtungszeit ist 50 Millisekunden. Dann das Schieben in den Speicher, das ist etwa 100 Mikrosekunden und der Ausleseprozess dauert etwa 10 Millisekunden. Also 40 Millisekunden haben Sie sozusagen nichts zu tun. Nun, ich habe Ihnen ja gesagt, der Satellit bewegt sich die ganze Zeit. Wenn Sie dann mal sich ausrechnen, wie groß ist denn dann die Geschwindigkeit in 50 Millisekunden, dann sind das neun Bogensekunden, Entschuldigung, vier Bogensekunden, und die Pixelgröße hier, 75 Mikrometer, entspricht neun Bogensekunden. Das heißt also, es ist ein halbes Pixel, das Sie in einem Auslesezyklus bewegen. Also da passiert nichts. Sonst würde man meinen, wenn ich mich die ganze Zeit bewege, kriege ich unscharfe Bilder. Jetzt kommt aber ein wichtiger Punkt. Die typische Zählrate pro Teleskop, wenn nicht gerade eine starke Quelle da ist, ist etwa vier Counts pro Sekunde. Wenn Sie dann also mal ausrechnen, wie viele Zählereignisse haben Sie denn dann pro Belichtungszeit von 50 Millisekunden, ist es 0,18. Das heißt also, das Bild, das Sie hier in einem Auslesezyklus erzeugen, enthält nur Rauschen, oder nur jedes vierte oder fünfte Bild enthält ein valides Photon. Es wäre also völlig verrückt, dann diese Bilder hier zur Erde übertragen zu wollen. Man würde da ja nur seine Telemetrie voll müllen und nur Rauschen übertragen. Was daher die Elektronik macht, ist, dass sie dann aus diesen Bildern hier die validen, also die gültigen Röntgenereignisse rausschreibt, in ein Memory reinschreibt und dieses Memory wird dann bei Botenkontakten übertragen. Was man also konkret hat, man misst dann die Detektorkoordinaten, also die Punkte auf dem Detektor, wo die Photonen ankommen, natürlich die Zeit, das ist ganz wichtig, und die Energie. Und dadurch, oder aus dem Grund, wir haben ja Sternensensoren an Bord, es wird mit einer optischen Kamera der Himmel beobachtet, und wir kennen ja die Sterne am Himmel, wir wissen also, in welche Richtung das Teleskop zu welchem Zeitpunkt hier pointiert hat, und auf diese Art und Weise können wir dann die Detektorkoordinaten in Himmelskoordinaten umrechnen. Und das passiert am Boden, nicht wahr? Am Boden, die Bodensoftware, die berechnet dann die Himmelskoordinaten für jedes Zellereignis und am Boden erzeugt, findet dann die Erzeugung von Bildern, Lichtkurven, Spektren und so weiter, alles, was wir da machen, statt. Also auf die und wahre Weise ist dieses System, also Photon-Counting, wie wir es sagen, es werden also einzelne Zellereignisse nachgewiesen, und die Bilder, die wir zeigen, die werden erst am Boden im Computer erzeugt. Also das ist wichtig, dass man das versteht. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel, das ist jetzt hier ein Scan, also ein einziges Überstreichen, ach so, das dauert etwa 40 Sekunden maximal, das habe ich vergessen, Ihnen zu sagen, das ist einer unserer Lieblingssterne, Abeduratus, ein sehr aktiver Stern, der eine hohe Röntgenzellrate aufweist. Und wenn Sie sich jetzt einen einzigen Stern mal anschauen, in Detektorkoordinaten, dann macht dieser Stern hier, wenn er durchgeht, diese Spuren auf dem Detektor, das sind hier, deswegen habe ich gesagt, die sind verkippt montiert, nicht wahr, deswegen sind die also nicht parallel. Hier sind zwei, hier sind nochmal zwei, sind also insgesamt sieben Stück. Das sind sozusagen die Rohdaten, die Sie haben, und dann wirft man die Aspektlösung an, also wir wissen ja von jedem Detektor, wie er montiert ist, nicht wahr, und wohin pointiert wurde, und dann kann man hier ein Bild erzeugen, und dann sind in der Tat die ganzen Photonen einer Punktquelle zuzuordnen. Also so wird dann das erzeugt. Hier, es ist natürlich ganz billig, nicht wahr, es ist eine starke Quelle, da braucht man das gar nicht, aber wenn ich eine schwache Quelle habe, dann wird in vielen Scannen gar kein Photon nachgewiesen werden, dann sieht man dann die Quellen erst, wenn man die dann zusammensetzt. Gut, das ist jetzt der Zeitplan, ich habe Ihnen gesagt, der Start war im Juli 2019, der Transfer zum L2 hat etwa 100 Tage gedauert, etwa, naja, das ist ja nicht ganz klar, wann Sie dann da sind, nicht mal, das ist ja kein so genau definierter Ort, dann die Zeit zwischen August und Dezember 2019 wurde verbracht mit Kalibrationen und Verifektionen, um sicherzustellen, dass das gestartete System die Eigenschaften hat, die es haben sollte, nach denen es designt wurde und seit Dezember 2019 führt Erosita seine Himmelsmusterung durch, ich glaube, 10. oder 11. Dezember haben wir angefangen und in ca. zweieinhalb Wochen wird die vierte der Erosita Himmelsmusterungen fertig sein und insgesamt ist geplant, vier Jahre, also insgesamt acht Himmelsmusterungen aufzunehmen. Nun, das ist hier jetzt ein Bild des ganzen Himmels, den Erosita während des Eros 1, also während der ersten Himmelsmusterung, hier gewonnen hat. Also, das ist hier eine Projektion auf eine Ellipse aus ingalaktischen Koordinaten, also das ist die galaktische Ebene, die Quellen hier sind Supernova-Überreste, das ist der Cygnus-Loop, das ist der Vela-Loop, das ist die große Matalanche Wolke, ich komme noch dazu, das ist GoX1, hier diese große Struktur ist sogenannte der Loop 1, das ist ein naher Superoverrest und man sieht hier dann noch Millionen von Quellen. Ich kann Ihnen so viel sagen, die Datenrechte bei Erosita sind etwas verquert, also unser deutscher Teil des Himmels ist hier rechts, das ist der russische Teil des Himmels und das ist eigentlich das einzige Bild, das wir auf dem russischen Teil gesehen haben und wir in unserem Teil haben mehr als eine Million Quellen allein in Eros 1. Wenn wir dann annehmen, dass auf der russischen Hälfte genauso viele sind, dann sind es zwei Millionen und dann wird das ja achtmal beobachtet, also die Erwartung ist, dass etwa drei Millionen Quellen hier entdeckt werden. Gut. Preisfrage ist jetzt, wie findet man die Sterne? Wir haben hier viele Quellen, wir wollen natürlich wissen, ja, was gucken wir eigentlich an? Welche Art von Objekten hat man? Und, Entschuldigung, das ist nicht ganz trivial. Wenn wir hier, wir haben in der Verifikationsphase ein Gebiet am Himmel beobachtet, bis zu einer Tiefe, wie Sie dann die typischen Himmelsdurchmusterung-Daten nach vier Jahren darstellen werden, das sind hier 140 Quadratgrad, das erscheint sehr groß, das sind zwei Grad, das sind immerhin vier Vollmond-Durchmesser, aber das ist 0,3 Prozent des gesamten Himmels und in diesen 0,3 Prozent hat man etwa 27.000 Quellen, Sie sehen die einzelnen Punkte, nicht wahr? Und es mutet schon nach einer Sisyphus-Arbeit an, die Quellen zu detektieren und vor allen Dingen zu identifizieren und so wissen wir gar nicht, was wir anschauen. Wie gehen wir da vor? Nun, es sind zwei Dinge, die hier uns zu Pass kommen. Das eine ist, dass wir Daten eines zur Zeit in Betrieb befindlichen Satelliten der ESA verwenden können, der Positionen und Helligkeiten misst von mehr als einer Milliarde Objekten. Das ist der Punkt eins. Und dann wissen wir, haben wir die Erkenntnis von der Sonne. Wir wissen, wie die Röntgeneigenschaften und die optischen Eigenschaften der Sonne sind und können das dann in gewisser Weise extrapolieren auf Sterne. Kommen wir zunächst zum ersten Punkt zu sprechen. Das ist hier ein Bild, also kein Foto, sondern eine Artist Conception von Gaia. Gaia befindet sich auch im L2, macht genau das gleiche wie Erosita, also die werden nicht zusammenstoßen. Das sind hier das Schutzschild und Gaia besteht aus zwei Teleskopen, die Winkelmessungen zwischen Abermillionen von Sternen durchführen und der Satellit misst seit 2014 und ist immer noch in Betrieb und wird noch die nächsten Jahre messen und ein Gaia-Katalog ist publiziert worden und ich zeige Ihnen denn jetzt mal im Vergleich zu dem Erosita-Himmel also das ist der Erosita-Himmel das ist das Bild das ich Ihnen gerade eben schon gezeigt habe und das ist jetzt der Gaia-Himmel das sind hier Sterne über eine Milliarde von Sternen die hier konzentriert sind entlang der Ebene Sie sehen hier die Dunkelwolken die haben wir ja auch in dem Erosita-Bild gesehen also hier diese das Material das Staub das absorbiert das Röntgenlicht und das Sternenlicht und hier das sind die beiden Magellanschen Wolken die sieht man auch ups das wollte ich gar nicht die sieht man auch hier im Röntgenbereich nicht aber das ist die große Magellansche Wolke das ist der Zensus von Gaia und was für uns jetzt besonders von Infracess sind sind diese eine Milliarde 467 Millionen 744 818 Objekte die eine Parallaxe haben denn von diesen Objekten wissen wir dass es Sterne sein müssen für diejenigen unter Ihnen die nicht mit dem Begriff Parallaxe vertraut sind wenn sie ihren Finger nehmen und dann ein Auge jeweils zumachen und so hin und her springen dann wird scheinbar ihr Finger gegenüber dem Hintergrund hin und her springen wenn sie dann den Finger weiter weg tun wird der Winkel kleiner also sie können dann aus der Winkelmessung den Abstand des Fingers ermitteln wenn sie das machen wollen ich meine das ist jetzt nicht so sinnvoll aber das ist die Idee einer Parallaxenmessung und genau das gleiche machen die Astronomen da verwendet man natürlich keine Finger sondern man verwendet die Bahn der Erde um die Sonne denn die Erde umkreist ja bekanntlich die Sonne diese Entfernung ist hier 150 Millionen Kilometer also insgesamt 300 Millionen Kilometer und wenn ich jetzt hier einen näheren Stern habe wird dann die scheinbare Bahn am Himmel dieses Sterns einfach eine Projektion der Bahn der Erde um die Sonne sein das ist ein ganz wichtiger Effekt historisch war das extrem wichtig nach dem kopernikanischen System sollte eben diese Parallaxen auftreten die hat man lange nicht gemessen das ist sehr schwierig die Sterne sind sehr weit weg und die erste erfolgreiche Parallaxenmessung wurde im 19. Jahrhundert durch Friedrich Bessel durchgeführt und Gaia hat jetzt nicht nur eine sondern eben mehr als eine Milliarde Sterne Parallaxenmäßig vermessen also ein riesiger Fortschritt der in den letzten Jahren hier erzielt wurde zweiter Punkt die Sonne nun das ist ein Röntgenbild modernes Röntgenbild der Sonne übrigens ich habe das extra hier hochgeladen das ist von heute also heute machen wir das nicht mehr auf Film es existieren eine ganze Reihe von Satelliten die die Sonne beobachten und die Daten finden sie im Internet können sie dann also hier fast in real time hier ablesen also so sieht die Sonne heute aus nun wenn wir uns jetzt mal angucken die gesamte Energieabstrahlung der Sonne hat diesen Wert die Energie die im Röntgenbereich abgestrahlt wird ist sehr viel kleiner also nur etwa was ein Zehnmillionstel oder so also die Entschuldigung das Verhältnis der Röntgenleuchtkraft zur gesamten Leuchtkraft ist 15 minus 7 das ist sehr klein und das heißt dass die Sonne ja keine sehr starke Röntgenquelle ist die ist nur deshalb stark weil sie so nah ist aber insgesamt wird relativ wenig Energie im Röntgenbereich abgestrahlt und deshalb galt lange Stellare Röntgen naja das sieht man ein paar nahe Sterne und das ist es wenn wir nun uns angucken das gleiche Verhältnis für Sterne also wir betrachten hier die Röntgenleuchtkraft geteilt durch die gesamte Leuchtkraft und also hier bitte logarithmisch dann stellt man fest dass es Sterne gibt die erheblich röntgenleuchtkräftiger sind als die Sonne das ist also 1, 2, 3, 4 Größenordnungen 10.000 mal stärker also die Sonne ist hier ja ganz schwach wimpy sage ich immer und viele Sterne die meisten Sterne die wir im Röntgenbereich sind erheblich stärker Sie sehen aber auch dass hier eine Art Cut-Off existiert es diese Schwelle wird nicht überschritten ist nicht genau klar wieso ich habe da so meine Vorstellungen aber ist noch nicht ganz klar und das führt jetzt dazu dass der Röntgenhimmel und der optische Himmel ganz unterschiedlich aussehen das sind hier durch Beobachtungen die wir in einem Sternhaufen durchgeführt haben der enthält sehr junge Sterne hier ist das Röntgenbild hier ist das optische Bild und da muss man schon sehr genau hingucken um zu erkennen was jetzt was ist also der Punkt ist der dass die optische Helligkeit eines Sterns nicht notwendigerweise ein guter Schätzer für die Röntgenhelligkeit eines Sterns ist nun wir haben dann Methoden entwickelt um mit Hilfe dieser Daten die Sterne herauszufinden das ist hier jetzt eine Darstellung also aus dem ERAS 1 haben wir etwas über 100.000 stellare Quellen das ist jetzt hier eine bisschen verquerte Darstellung ich habe ja nur die Hälfte des Himmels zur Verfügung deswegen das ist hier eine stereografische Projektion hier das galaktische Zentrum Antizentrum und Sie sehen diese Häufung hier in der Nähe des galaktischen Zentrums also das sind nach unseren Vorstellungen die Röntgenquellen von insgesamt einer Million die wir sicher mit Sternen identifizieren können nun was als nächstes möchte ich Ihnen jetzt einige ausgewählte Ergebnisse vorstellen und zwar sind das hier zum einen sehr junge Sterne in der sogenannten Skosenn Region dann Rotation und Röntgeneigenschaften Strahlungsausbrüche und dann noch die Frage inwieweit kann man auf die Röntgeneigenschaften eines Objektes eines Sterns durch bodengebundene Beobachtungen schließen nun wenn man sich die Position der Sterne anschaut in in 3D also im dreidimensionalen Raum dadurch dass wir Parallaxen haben kennen wir die Entfernung der Sterne wir wissen also an welchem Ort die sich befinden dann sieht man dass sich die Sterne hier in einer Artorus um die Sonne anordnen das ist jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen also hier am Punkt 0 0 befindet sich die Sonne und hier diese Richtung ist dann zum galaktischen Zentrum und das ist hier in der Richtung der galaktischen Rotation und Sie sehen dann bekannte Sternenstehungsregionen und das ist eine Erkenntnis die wir schon seit längerem haben junge Sterne junge Sterne die Sie gerade gebildet haben sind extrem röntgenleuchtkräftig und daher dient die Röntgenemission oder die Röntgenemission die wir sehen erlaubt uns diese Sterne hier aufzufinden zur gleichen Zeit haben wir hier die Möglichkeit sozusagen in die Jugend der Sonne rein zu gucken denn nach allem was wir wissen muss auch die Sonne in ihrer Jugend hier eine sehr starke Röntgenquelle gewesen sein wenn man sich das Ganze jetzt in zwei Dimensionen anschaut dann können wir hier in dieser Scorpius Centaurus Sternenstehungsregion die Sterne identifizieren das sind die klassischen Gebiete in denen diese Sterne sich befinden und Sie müssen sich hier vorstellen das ist hier ein Viertel oder nur gut 80 Grad also ein knappes Viertel des ganzen Himmels würde also von hier bis hier reichen und hier 40 Grad wir reden also hier über riesengroße Gebiete am Himmel die wir studieren können hier kann man verschiedenste Dinge machen ich will da nicht im Detail drauf eingehen aber eine Sache die wir machen können aufgrund der Tatsache dass wir die Parallaxen haben von Gaia wir können dann die Alter der Sterne bestimmen und das ist hier eine Alterskarte die wir erstellt haben von den Sternen die grünen Objekte sind dann die einzelnen Sterne die Farben dann geben den Hinweis auf das Alter je blauer oder dunkler desto jünger nicht wahr und je gelber desto älter Sie sehen hier junge Sterne gibt es überall aber insgesamt sieht man einen Gradienten nicht wahr also je weiter man hier nach links kommt wird das umso blauer und die Sterne die wir hier sehen haben Alter von etwa 5 Millionen Jahren und das ist natürlich für astronomische Verhältnisse extrem jung Sie müssen bedenken dass das Alter der Sonne ist 4,5 Milliarden Jahre also da ist 5 Millionen natürlich sehr sehr klein das ist das eine Thema junge Sterne und der Großteil der Sterne die wir untersuchen sind eben junge Sterne und hier werden also noch Jahre wenn nicht Jahrzehnte an Arbeiten von Follow-up Beobachtungen sein viele dieser Sterne werden Planeten haben und wir werden dann in der Lage sein junge Planeten also Planeten die sich gerade gebildet haben zu studieren ein Charakteristikum von jungen Sternen oder von Sternen generell sind Strahlungsausbrüche und hier kommen wir wieder zu unserem Freund A.B. Doradus das ist hier die Erosita Lichtkurve die wir aufgenommen haben und zwar das ist Ende dieses Jahres das ging hier bis in den Januar hinein und hier war aufgetragen ist hier die Zellrate in den einzelnen Scans also was ich Ihnen vorhin gezeigt habe und hier war ein riesengroßer Scan dabei währenddessen die Zellrate die ja fast auf 300 Counts pro Sekunde angestiegen ist im Normalfall 30 Counts also Faktor 10 mehr nun ist Erosita natürlich nicht ideal um solche Flares zu studieren denn der zeitliche Abstand zwischen zwei Punkten ist vier Stunden das ist natürlich ein bisschen viel hier hatten wir Glück denn während dieser Zeit wurde A.B. Dorf von einem anderen Satelliten beobachtet und zwar von sogenannten TESS Satelliten die Aufgabe des TESS Satelliten ist es extrasolare Planeten zu suchen und zwar bei helleren Sternen durch die Transitmethode also das ist hier angedeutet wenn ich einen Stern habe und ein Planet zieht dann vor dem Stern vorbei dann findet eine charakteristische Verdunklung statt und auf deren Weise kann man dann erkennen dass hier Planeten da sind TESS beobachtet nun riesengroße Gebiete am Himmel hier sind die Teleskope das sind insgesamt vier Stück wobei das genau betrachtet eigentlich gar keine Teleskope sind das sind im Wesentlichen so große also Tele Linsen nicht und dahinter dann eine CCD-Kamera und TESS beobachtet Bereiche am Himmel 24 mal 96 Grad also wirklich riesengroße Gebiete am Himmel und die TESS hat eben Abidoradus beobachtet während der Erosita Beobachtung und die Daten sind hier gezeigt die blauen Punkte sind die Testbeobachtungen sie sehen dass die Helligkeit enorm schwankt das sind etwa Peak to Peak also maximale Variationen von 10% und hier die roten Punkte sind die Erosita Messungen das ist ganz typisch für junge Sterne was wir hier sehen diese jungen Sterne haben große Flecken auf ihren Oberflächen die dann zu diesen enormen Helligkeits Schwankungen führen und sie sehen dann diesen enormen Strahlungsausbruch der gleichzeitig mit dem Erosita Strahlungsausbruch stattgefunden hat nun was wir hier machen können ist wir können die Energetik dieses Ereignisses bestimmen und wenn man jetzt sich hier mal vergleicht das sind hier ist hier die Verteilung in den Energetik stellen Sie sie nicht an der Einheit hier von Flares die auf anderen Sternen die von TESS beobachtet wurden das ist hier die gesamte Energie die auf dem beschriebenen Flair von auf Arbituratus zurückzuführen ist also hier fast zwei Größenordnungen mehr als die energiereichsten Flares die wir sonst üblicherweise mit TESS sehen und die energiereichsten Flares auf der Sonne liegen etwa hier also hier sind wieder eins zwei drei vier mehr als vier Größenordnungen in Energie dazwischen was wieder den Punkt macht dass die Sonne eben ein relativ schwach aktiver Stern ist Sie werden sich fragen was soll das jetzt das ist hier unter Umständen interessant das ist ein Bild des Allende Meteoriten der im Jahr 1969 in Mexiko niedergegangen ist das hat man etwa drei Tonnen Material auf gesammelt hier das ist jetzt ein Schnitt der man gemacht hat durch den Slitten hier gibt es eine Anzeigung der Größenordnungen und was man hier findet sind diese runden gebilden das sind Ruhlen und hier das sind Calcium Aluminium Inclusions nennt man das also man findet dann diese Features hier drin man kann dann durch radioaktive Datierungsmethoden das Alter bestimmen das ist viereinhalb Milliarden Jahre also das ist nicht Millionen das ist Milliarden bitte das heißt dieser Satellit dieses Material ist hier Material wie es hier also am Beginn des Sonnensystems als sich das Sonnensystem gebildet hat vorgefunden hat und der entscheidende Punkt nun ist diese Features diese Schondrullen und CAIs die können sich nur gebildet haben durch relativ schnelle Heizungsereignisse und das ist sehr kontrovers es ist nicht genau verstanden was jetzt zu diesen Heizungsereignissen geführt hat aber eine Möglichkeit wäre eben massive Flares wie man sie von der frühen Sonne erwartet denn da sollte die Sonne eben entsprechend aktiv gewesen sein die ich habe Ihnen diese Lichtkurve gezeigt diese Schwankungen können wir hier nehmen die Rotation zu bestimmen im Fall von Abidoradus ist die Rotationsperiode zwölf Stunden bei der Sonne 27 Tage also ein erheblicher Unterschied und wir können nun mit Hilfe der Daten des Test-Satelliten Rotationsperioden für sehr viele von Erosittersternen bestimmen und dann insbesondere betrachten wie sich das Verhältnis zwischen Röntgenleuchtkraft und gesamter Leuchtkraft als Funktion der Periode darstellt da sehen Sie hier dass die jungen Sterne alle sehr röntgenleuchtkräftig sind und dann ab diesen hier ein paar Tagen nicht mal dann nimmt die Röntgenleuchtkraft ab wenn die Periode zunimmt die Idee ist also dass die Sterne abbremsen und dann weniger aktiv werden hier der Punkt stellt die Sonne dar Sonne ist wieder hier am untersten Ende der beobachteten Aktivitätsskala Sie werden sich vielleicht wundern warum sind hier so wenig Punkte nun die Sterne können wir mit Erositter kaum detektieren die sind viel zu schwach und es ist auch sehr schwierig dann die Rotationsperioden zu messen wenn wir die Sonne als Sternen beobachten würden ist es sehr schwer die Rotationsperiode zu messen aber das zeigt Ihnen dass die Rotationsperiode eben ganz fundamentaler Parameter für Sterne sind insbesondere die Entwicklung ihrer magnetischen Aktivität schließlich und endlich ich habe Ihnen gesagt wir suchen auch nach Methoden wie wir mit bodengebundenen Beobachtungen auf das Niveau der Röntgenemission schließen können dazu haben wir ein eigenes Teleskop wir beobachten die felle Sterne da reicht ein kleines Teleskop und was wir hier zeigen was ich hier zeige ist einerseits die Röntgenleuchtkraft eben in diesen komischen Einheiten und dann ein Maß für die chromosphärische Aktivität der Sterne die wir vom Boden aus messen können das ist der entscheidende Punkt die Messung von LX ist mühsam das bedarf satellitengebundener Messungen das hier können wir am Boden machen und Sie sehen hier diese Korrelation hier sind die verschiedenen Sterntypen aufgemalt und wir sind hier dabei rauszufinden warum sind hier K-Sterne etwas anders als F-Sterne nicht mal die verschiedenen Sterntypen und wie genau kann man mit Hilfe von bodengebundenen Beobachtungen letztlich auf das Röntgenemissionsniveau schließen das ist hier Work in Progress da kann ich Ihnen nicht wirklich Resultate anbieten gut wenn ich hier auf die Uhr schaue ich glaube ich habe meine Zeit schon leicht überschritten also Erosita funktioniert die Daten sind gut wir können da wunderbar mit arbeiten und die Auswertung und wissenschaftliche Innovation der Erosita Daten wird also uns noch viele Jahre und ich denke mal Jahrzehnte vermutlich noch beschäftigen also es gibt da viel zu tun und damit bin ich am Ende meines Vortrags und möchte mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken Applaus für Jahrzehnte vor Jahrzehnte vor Jahrzehnte Untertitelung des ZDF, 2020